hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde let's play masterbilders und dabei ist der liebe master ja hallo ach so leute jetzt kommt jetzt mal das intro dann geht es hier los so jetzt geht es hier richtig ab wir sollen eine ist das nicht schloss der bock und schloss ja ich auch ich sage zu mir direkt am anfang der liebe master ist natürlich in der video beschreibung verlinkt es könnte ja gut kann man sagen ach so leute ja eigentlich wollte ich heute das geil was spielen aber ich habe jetzt einfach so bock auf masterbilders gab dann dachte ich habe von masterbilders ja finde ich auch ich habe eine kleine mauer gebaut die idee ich habe schon den umriss gebaut so einen kleinen umriss habe ich gerade schon gebaut denn ich das hier gewinne wie viele wie viele runden hast du schon mal gewonnen oder wie viele runden hast du schon gewonnen ich habe noch nie gewonnen ja auch nie ich habe sechs gewonnen glaube ich oder siebenmal lol siebenmal habe ich jetzt schon gewonnen ja ich habe heute noch einmal ja letztens spiele ich immer so aktiv mein kopf ich habe schon aber ich mache es eigentlich also nicht früher also vor paar wochen habe ich am masterbilders aktiv gezockt aber so richtig zum gewinnen habe ich habe es nicht geschafft muss wir versuchen immer das gescheiteste sind zu wollen das war glaube ich gerade wie kriege ich denn so eine rundung im mist ich habe es ultra versaut ich wollte eine rundung bauen hat dafür mega viel zeit gebraucht hast du nicht auf die leihe bekommen kacke egal ich habe extra nicht so was großes gebaut aber meins könnte auch knapp werden man hätte man hätte einfach so so du kennst doch diese was sind das so ganz normale schlösser halt hätte man sollen weil dann sagt viele leute geben was gutes dafür weil die sich dann sagen ja gut der war sehr kreativ hat sich einfach nicht normales schloss sondern einfach so versteht was meine ich hoffe ihr die jetzt ja jeden fall hier hatte ich habe ich noch so ein geiles tor das ist so keine burg das ist ja das ist ein moderner moderner bau und links das ist halt einfach nur viereckig ich habe es mit dem verhauen aber richtig eigentlich ich muss ja versuchen was rundes reinzubekommen scheiß wo mache ich das nicht zu das war ein großer fehler gerade richtig bitte runde für mich ja so wie noch ein paar blöcke dann haben wir das auch zusammen aber so richtig gut sieht das nicht aus kennst hat kein schloss bei mir das ist halt irgendwie das problem gerade man erkennt kein schloss bei mir meine ich man sieht hat irgendwie so vier gegen raum der ein tor hat und vier gegen raum schaffte ich in zwei minuten zu bauen ich habe ein bisschen jetzt bin ich den bauen und dann habe ich auch noch ein bisschen verhauen ja man ist halt unsymmetrisch ein bisschen weiter wie soll man so schnell die burkeen bekommen es wird 30 sekunden ich verstehe die scheiße vorbei es werden irgendwelche was richtig gutes haben ach so noch mal ganz gut zu infos wollten noch zwei andere leuten aufnehmen aber ich habe gesagt bis 18 Uhr müssen die sich bei mir melden wenn die aufnehmen wollen hat da haben sie sich nicht und da war der master jetzt halt schneller hier ja irgendwie sowas halt kacke ich muss hier wieder ein turm draufhauen komm schon bitte also meins ist ok meins ist der größte kack den man je gesehen hat nein meins ist schlechter nein das ist halt eine gute idee gewesen man hätte aber so fahren und sowas bauen wir das fertig gewesen es wird einfach das ist ja kein schloss das ist ja ich auch das hat der hat irgendwas anderes das ist nicht gut ich hätte ein bisschen was gut ist das nein nein es gibt ja auch da jetzt mal ein account das heißt ich bin profi hättest du den account ne ich hab das video dazu noch gar nicht geguckt von dem so weil sein account wurde in Minecraft gehackt als ob ja ok das ist einfach nix besser äh nein master bleeding das ist nicht gut ey ich hätte ein bisschen was gutes bauen können und ich wäre direkt erster es ist halt wir haben ja alle nicht was wirklich richtig gutes gebaut ja das sind wirklich und meins habe ich richtig verhauen aber richtig ist das stein nein das ist nicht meins das ist skelettelp das ist meister bleeding meister bleeding was ist da ein schloss ich sehe kein schloss oder oder eine Burg der Karst ist ja eigentlich Burg ja kann auch sein ich habe jetzt eine Art Burg und Schloss eher gesagt du kannst noch gar nicht ach ja stimmt dann werden wir jetzt die letzten beiden sein wahrscheinlich wird das deins sein das ist die Chance hä dann kommt doch noch mehr als erwartet ja ja ich würde sagen ice up bleeding ist schwer zu entscheiden ich hätte fast mehr gegeben ich glaube das ist mal ice up bleeding ja das kann gut oh das ist 61 ey das ist schein wie bist du ja komm ich wollte so türme wollte dann so nices tor und es wird schon wurscht ich gebe es ok also alle geben ice up bleeding es ist nicht in die luft geflogen nur wegen mir weißt du ok das ist ein alter bleeding äh das ist die qualität ist schon geil das ist geil it's ok ja das ist ultra eigentlich geil oh na na lol ok jetzt kommt auf jeden fall deins nein das ist so geil hä wann kommt denn deins wie viele Leute sind denn hier noch drin ice up bleeding hä das geht mega klar it's ok obwohl der kann fast sogar ein gut für geben ah ne schwierig ich hab jetzt das ist ok dafür mal gegeben warum regnet es denn bei den Leuten denn immer das nervt mich gerade ah jetzt hört es auf das sieht geil aus das sieht kack aus ice up bleeding junge was denkst du denn da was ist denn das da für ein holz stamm da was ist es ist doch nicht es ist doch nicht es ist eine burg doch ok das ist noch schlechter äh das ist ice up bleeding guck mal das ist eine parkbank wenn du jetzt mal gewinnt ey junge das bekommt von mir mehr weil hier eine parkbank ist ok ich hab mehr gegeben die parkbank ist so cool also echt jetzt kommt der gewinner ja das bin ich sicher nicht nicht ich bin was letzter jawoll äh war ich jetzt so schlechter würde ich sagen hängen wir noch eine runde dran oder ja ok aber was wie kann denn das denn gewinnen ähm ja leute es gibt eine kleine ein kleines cut jetzt hier weil wir wollen jetzt hier nicht eine minute warten bis gleich soo jetzt gehts hier auch direkt wieder weiter zweite runde ähm wir haben jetzt nur noch ein zweiter dran gegangen weil ich gerade so schlecht war und jetzt muss ich hier mal was besseres leisten schlange geil schlange das ist schon nice das gefällt mir jetzt das gefällt mir auch weil ich hab grad eine gute idee also es ist halt ich hab grad auch eine geile idee junge ja das könnte geil werden ich mein handy stört mich gerade hier so da hat was drauf hast du das auch wenn du wettbewerber als apps schreiben du klicken oder aufnahme oder ich klick deine an dann meistens passiert das nicht und wenn nehme ich nochmal neu auf und oder schneide das raus doch das habe ich doch also ich weiß nicht wie oft du meine videos guckst aber manchmal sage ich halt ach ich hab jetzt da was rausgeschnitten da kam irgendwas von whatsapp oder so ach ja das sag ich dann kurz dann mach ich kurz einen cut und dann ja manche habe ich dann während des redens unterbrochen aber meistens kann ich das dann richtig gut raus und das kaum merkt ich hab immer wenn ich aufnehmen oder so hab ich immer mein handy lautlos die nachricht darum kommt ja trotzdem ja die kommt ja trotzdem aber ich hab das lautlos das handy das ist noch nicht circa sondern kann vibrieren oder sowas das handy von mir war 90 prozent ist das lautlos immer ist das immer laut ist mein handy ich hab mein handy war fast noch nie auf ton halt das extrem ich hab echt steht immer auf lautlos außer wenn irgendwie keine ahnung wenn ich ja irgendwie weiß dass ich angerufen werde oder so scheiße ich glaube ich hab das mal falsch gemacht ne ich hab mich mit dem größenverhältnis verschätzt Mist ich rede zu viel so zack jetzt hier scheiß ich mach hier auch noch eine reihe weg ich hab viel zu hoch gebaut ja toll das hat jetzt ultra ich hab mega viel überhaupt bau grad alles wieder ab ich hab gereden hab dann einfach alles weiter hab dann die ganze Zeit weiter gebaut ohne was zu gucken das bringt es natürlich auch ja das bringt es natürlich richtig ja und das ist natürlich ich muss das hier gar nicht aushöhlen das sieht man ja eben im endeffekt gar nicht bin ich sehr schlau natürlich hä wie mach ich denn so ne kurve hier rein ich weiß auch nicht wie ich so ne kurve rein machen mache rein machen soll für den Korb irgendwie hä das ist hä das ist jetzt ist es bei mir in den Kopf geworden das kann ich als Kopf nehmen gute Idee ich hab irgendwie eine scheißidee sie meint es irgendwie ey meine Idee war so geil und ich hab es einfach verhauen verhauen ach hier muss was weg ich hab irgendwas falsch merke ich gerade am Kopf was muss denn hier weg kacke kacke das könnte noch gut werden einigermaßen hä meinst du so richtig die Monster aus alter so richtig die Monster aus schnau aus hier auch nein ich hab eine richtig gute Idee ich hab jetzt zwei Minuten noch und mach dann alles wieder weg also fast alles kacke mit dem Kopf ist richtig gut gelungen aber jetzt hab ich was ah oh mein gott das ist ne gute Idee das fällt mir so kurz vor schluss ein ist das scheiße ich bin grad ein bisschen gearscht hab ich das Gefühl ich bin richtig gearscht aber es könnte trotzdem was werden weil mir kurz vor schluss ne richtig gute Idee gekommen ist ja das könnte was werden komm schon komm schon bitte ich hab auch noch die Zunge hier das könnte auch noch ein bisschen was werden hier mach ich noch eine so ne Zunge ah so macht man das genau ich war auch noch eine Zunge hier alter boah das könnte richtig gut werden wenn ich jetzt schnell bin ach du kacke das sieht geil aus ey du wirst man feiern wenn du das siehst wenn das noch fertig wird Ich hab doch gerade ne Skype nachricht ich habe ich das jetzt hier auch ich bin halt einfach zu unerfahren ich weiß nicht das weiter baue wie habe ich das gemacht so so zwei nach da dann zwei nach hier man sieht so aus wie ein monster alter was habe ich denn hier falsch man sieht so aus wie ein monster was keine ahnung was ist scheiß ich habe mich durchgehend verklickt jetzt habe ich was mache ich denn hier ich verstehe gerade nicht was ich was hier auf einmal warum das nicht klappt ach so geht das shit ich habe jetzt kurz vor schluss gecheckt nein das war der größte fehler heute ich habe noch relativ gut trotzdem noch relativ gut ankommen obwohl es jetzt ein bisschen verbockt war weil die idee war auch man sich das fertig vorstellt sieht das ultra cool aus eigentlich bitte zeit jetzt darfst du mich nicht im stich lassen von ein paar sekunden ok 6 sekunden eine sekunde noch scheiße meine schlange gibt es nicht zum gibt viel zu breit nein ich hätte gern das hier noch ganz von vorne noch mal neu gemacht warte schlange die idee war schon beim youtuber eine wartestange gemacht geht's ok nein auch mann ich könnte mich umbringen dieser dreck schlange bei mir ich hätte das so gut machen können das echt ein bisschen vermasselt nein das ist nicht meines meines besser neben meines meines aber der kopf ist und alles ist viel besser aber dann der körper habe ich ein bisschen vermasselt weil ich das okay einfach mal kurz weil ich es später gesehen habe nein ich rede mich habe übelst auf meine sache du bist mein kopf glaube ich richtig gut finden glaube ich halt ernsthaft jetzt mein kopf ist echt gut gut nein mein kopf ist besser finde ich ich habe einen körper gemacht ich habe den körper auf zeitdruck habe ich den gebaut dann habe ich bei 0 sekunden war ich fertig dann konnte ich mir dann erst angucken wir geworden ist nachher ist dass der scheiße war bekommt jetzt okay der kopf sieht ganz cool aus aber naja okay das ist keine schlange das ist einfach nur das bekommt von mir ich habe mir ein gut ich habe das gewinnt habe das gewinnt was der kopf sieht doch geil aus der körper habe ich müssen fast 0 jemand hätte mal auf den kopf gucken können der körper auch geil aus ich habe noch nicht okay gegeben das ist scheiße mal etwas ist sind das neu verrunden beim erst bei der ersten runde wusste ich so schlecht mit der zweiten nacht ich werde voll gut eigentlich okay es ist okay was das denn hier ja das ist nicht nein nein war spaß das ist okay das ist geil eigentlich das ist eins das sieht eigentlich ganz krass aus gut ist das seins jetzt ja weil er kann das eigentlich nicht bewerten tut er immer so ja er hat schon wieder wasser im mund hast du oder wir haben das thema löwe offline und da auch wasser im gemacht beim löwe gerade eben als wir offline gespielt haben ja die wartest lang gewinnt wegen der idee war ich letztlich hat gar nicht gesehen wo war ich das gesehen ich würde sagen leute das ist von der runde schaut auf jeden fall beim lieben master vorbei link ganz oben in der video beschreibung macht gut und ciao ciao